Für die Fans der Sendung Du warst Star Wars Fan, ich auch Du warst Star Wars Fan, ich auch Hat einen Grund 600 bis 1000 Kunden die Woche Sind reichlich im Monat Und nach 6 Monaten, 7 Monaten, nach 8 Monaten Recherche Bedingt durch Han Solo Bedingt durch 8 diesen Hass Ergab es, Du bist Fan gewesen Still und heimlich bist es noch Aber nicht mehr öffentlich, ich auch Da gibt es einen Grund für Denn dieser Grund ist halt Dass man sich nicht mehr unterhalten kann Sobald man sich über Star Wars unterhält Spoiler mich nicht voll, ich war noch nicht drin Nach 9 Monaten, nach 8 Monaten Nach 10 Leute, das macht keinen Spaß Es macht keinen Spaß, sich über Star Wars zu unterhalten Mit Leuten, weil wir hören da gar nicht zu Also was soll das für ein Fan sein Wir alten Fans von 77 Sagen, wir waren Fans, ist richtig Der Hype ist weg, es macht keinen Spaß mehr Es bringt mich nicht mehr auf 100% Ich schaue da hin, ist okay Und ich rede nicht jetzt von mir Ich rede von meinen Kunden Ja, meine Kunden haben mir das gesagt Und deswegen kam ich auf den Sender Komm, ich mache eine Folge Du warst Star Wars Fan Ich auch So, weil viele drunter geschrieben haben Ist das hier so ein Erklärvideo Hiermit erkläre ich die Sendung Ich war Star Wars Fan Ich auch Weil es nicht mehr ist, wie es war Man kann sich nicht unterhalten Wegen Spoiler Ja, geht gar nicht Man kann sich gar nicht austauschen Ich, ja Mir kann man alles erzählen Bin auch froh drum Mir macht es auch tierisch viel Spaß Aber leider entgleitet ist Weil ich mag es ja 100% 100% heißt alles Alles So, und der andere Nee, ich mag nur Flieger Nee, ich sammle keine Figuren Ich trage nur diese Kluft Ey, das sind immer so Abspeckungen Die Abspeckungen nehmen so zu Dass man sich auch gar nicht Also hier kommt man rein Warst du schon in dem Film? Dann darf ich nur noch sagen Ja oder nein, mehr nicht So, und das kann es ja nicht sein Das ist ja keine Unterhaltung Also wenn ich jemanden frage Hämmer, hast du den Wagen gefahren? Dann darfst du nicht sagen Wie, sondern nur Ja, habe ich gefahren Also das ist ja nicht mehr normal Also normal für mich Sich so zu unterhalten Mit Star Wars Sich auseinanderzusetzen Mit den Figuren Sich auseinanderzusetzen Mit den Nein, ist nicht mehr möglich Also es geht nur noch Wasch echt Was bekomme ich dafür? Was willst du dafür haben? Ja Oder man will mir was verkaufen Und du kaufst die an Ja, ich habe da was für dich Gut, bei D. Augustini Ich habe mir ein Auge zugedrückt Habe es gemacht Das kostet mir 1200 Euro Bis ich den habe Ja, 50 50 Tüten habe ich jetzt Ich brauche noch mal 50 Tüten Mal 12 Könntest du selber ausrechnen Wie teuer das ist Also 1200 Euro Kostet mir D. Augustini Der große Falk So, dann setze ich mich da hin Und schraube den Und mache den fertig So, nachher leuchtet er Die Klappe geht auf Die Klappe geht runter Und so weiter und so fort Vielleicht kann ich auch noch Ein Soundmodul besorgen Das einbauen Ist ja in so einem Modell möglich Gut So, dann stelle ich es Riesengroß Ins Schaufenster Für 2019 Damit Kunden und so weiter Mal gucken, was dann wieder passiert Aber mir ist persönlich aufgefallen Anhand meiner Kunden Man kann sich über Star Wars Nicht unterhalten Geht nicht Der andere sagt Du bist ja ein bisschen Zu alt für Spielzeug Ich meine Es kommt nur solche Resonanzen Du bist zu alt Für Spielzeug Wieso, was sammelst du? Also Ich habe natürlich auch Kunden gehabt Die werden sicherlich auch mal wieder kommen Die Star Wars genauso mögen Wie ich es mag Und man kann sich drüber unterhalten Aber ist vorbei Man kann sich über Star Wars Seitdem Disney es hat Nicht mehr unterhalten Ist so Und das Und deswegen kommt die Sendung Wie gesagt Du warst Star Wars Fan Ich auch Weil die Lucas Fans Sind andere Fans Wie die Disney Fans Die 40.000 Hassel Aber darum geht es ja nicht Die sind ja in Amerika Und das sind Leute Die haben ein bisschen mehr Tatas Ein bisschen mehr Geld Und die sehen Star Wars als Ware Und verkörpern die Ware Und versuchen die Ware auch wieder Zu verkaufen Gewinnen bringen Zu verkaufen Also sie sehen Star Wars etwas anders So da Das ist ja wieder eine andere Sparte Also Star Wars ist A bis Z Ja Alles mögliche Und Aber so ein richtiger Fan Wo man sich austauscht Richtig Spaß hat Ja Sich trifft Wie früher Das gibt es ja Wenn es bei euch gibt Ist es okay Aber hier nicht Hier trifft sich keiner Hier bist Wir haben ein Kino angeboten Ja 3D Da wurde Ey man kennt 3D Also es geht immer dagegen Also man bietet etwas an Hier Kino Nur für Fans Keine Resonanz Es kommen keine Fans Und wenn Würden Fans kommen Von so weit her Dass wir obendrein noch Für diesen Kinoabend Zusätzlich noch Ein Hotel anbieten Müssen Also utopisch Alles was man anbietet Im Namen von Star Wars Wird utopisch Ja Oder man muss so viel Geld mitbringen Dass es noch utopischer wird Ist so Man kann also sie Man kann also nicht mal Irgendwohin Sich über Star Wars Und so weiter und so fort Und dann war es das Ich meine Wenn man einmal so eine Art Museum Gesehen hat Wie in München Gladbach Auf der Berliner Straße Im ehemaligen König Freibad Oder Hallenbad Was jetzt dem Michael gehört Äh Martin Äh und Ja Ist nicht Lieb nicht Das hat mal einer gesehen Und gut Können wir ständig dabei Also wie gesagt Es sind so kleine Mini-Grüppchen Oder war es So Star Wars Ist nicht der Hype Star Wars ist nicht die Masse Star Wars ist wirklich Im Verborgenen Das meine ich damit Du warst Star Wars Fan Ich auch Ich bin 100% begeistert Das bleibt auch so Sonst würde ich solche Videoclips gar nicht erst machen Ich spreche aber gerne darüber Aber es kommt ja immer Negativ zurück Ich lade ein Ja Bin freundlich Ich lade ein Kommt Ich baue auch allen Ich denke mir auch aus Wie gesagt Kino Da sitze ich jetzt immer alleine drin Das habe ich abgebaut Ich glaube das ist ein eigenes Für mich ein gutes Für die Masse war alles gedacht Alles gedacht Es wird herangekarrekt Den Leuten gezeigt Es geht schon los Ne 3D Scheiße Ja Ist egal Es klappt nicht Es klappt einfach nicht Man kann nichts machen Tut mir leid Also ich habe wie gesagt 600 bis 1000 die Woche Und mittlerweile Höre ich kaum noch ein Echo Von Star Wars Gestern hier bei den Dreharbeiten Und bei den Fotoarbeiten Da ist ja Spielware Ne Geh weiter Also da hinten sind die Studios Da müssen die Leute ja hier vorne vorbei Und da ist ja Ein bisschen Star Wars Und die Kinder Da ist ja Spielware Ein bisschen Spielware Oder spielen halt damit rum Dass die Eltern die da und da wegreißen müssen Weil die Kinder dann immer versuchen An die Puppen zu kommen Ja Ist halt so Also für mich ist und bleibt persönlich Star Wars so wie es ist Aber im Dunkeln Ich rede nicht mehr darüber Und gestern haben wir noch Ich habe ein bisschen mehr zu tun Wie ein Fan zu sein Also wir hatten gestern Theaterabend Freies Theater Braucht ihr nur googeln Hier statt essen So Dann unterhält man sich Mit den Theaterleuten Und alles Wir brauchen natürlich Für unsere Sachen Geld Ist klar Weil umsonst geht nicht Das ist Anreisen Wie ich vorhin schon sagte Wenn man was macht Muss man ja auch dann Noch die Hotels Wir haben hier 2-3 Hotels Wo man dann untergebracht wird Als Schauspieler Oder als Künstler Oder ne Also die Ariane war da Die spielt gerade Eine tolle Dinges Dann hatte ich noch eine andere gestern Da Wie gesagt Theater Courage Kleinbühnentheater Es muss was wunderbares sein Hatte ich ja mal die Karte hochgehalten Das ist so ein Kleinstheater Das war mal eine ehemalige Bäckerei Darin wird jetzt Theater gespielt Dann haben wir hier noch Das Krimi Theater Wo man essen kann Man kann dort essen Und dann wird ein Krimi gespielt Oder so Oder man kann auch den Krimiarm Direkt gleich mitmachen Und muss dann suchen Und so weiter und so fort Also wir haben hier viele Solche Theater Einheiten hier Wir haben das große Theater Wie gesagt Wir haben viele kleine Mini Theater Und Film Und so weiter So und dadurch kommt man dahinter Was ist eigentlich noch mal mit Star Wars Das war mal Liegt ja auch im Alter Die meisten sind ja zwischen 40 und 50 Da klingt das ein bisschen ab Wie das jetzt im unteren Bereich ist Weiß ich nicht Diesen unteren Bereich Hab ich nicht hier Die vierte Oder fünfte Oder sechste Generation Die sechste Generation Die gerade heranwächst Die ist ein bisschen merkwürdig Also nicht diesen Hype da Also Wir können auch kaum unterhalten Über Rebels Über Resistance Was jetzt kommt Über Clone Wars 990 Das hat auch noch mal viel Spaß gemacht Da wurde wirklich über Clone Wars Ah ich bin gespannt Wie die umsetzen Wie die die Kriege umsetzen So wenn ich jetzt gerade So einen Bericht lese Über Jar Jar Binks Diesen Schauspieler Dass der sich wirklich Weghauen wollte Und Anakin der Schauspieler Der ist ja auch in der Klasse Ja also Also der Erste Der Kleine So Umstritten ist 1 bis 3 Umstritten ist halt Jar Jar Binks Und all solche Sachen Also Es hat ein bisschen Bisschen ist Star Wars Nicht mehr Star Wars Wie wir uns das vorgestellt haben Star Wars ist uns Ein bisschen entblitten Also Star Wars Ist nicht mehr das Was es war Grüße hallo Also die 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 Videoclips sehen Mit den Videoclips nicht klarkommen Meiner einer hasst nicht Null Null Hass Aber ich stelle Fragen Wie kommt man dazu Dass man als Fan plötzlich Es als Ware sieht Wieso will man unbedingt Dieses mir verkaufen Für 50, 60, 70 Euro Warum Kaufst du das auch an So ich habe jeden Ich meine Wenn Geld knapp ist Ist okay Dann sollte man sein Hobby Aber das sagt das Wort Hobby Nicht zu Geld machen Also dann ist das kein Hobby Also zum Beispiel Wenn man sagt Das ist ein Püppchen Für mich ist er leer Und Wicked Und Geschichte Und obendrein noch Forstus of Destiny So Das ist es für mich Hat mir gefallen Nein Ich war ziemlich euphorisch Sehr euphorisch Wichtig gesehen Das wollte ich haben Ich kann ja nicht mehr hin Ich bin ja Händler Noch einmal Ich kriege so viele Produkte In die Hand Aber ich muss überlegen Ich kriege jeden Tag Einen Anruf aus Amerika Oder aus England Ich muss immer sagen Stopp Amerika sowieso Das klappt nicht mehr Wegen dem Zoll Aber Oldbritannien geht ja noch World of Warcraft Star Wars Dieses Brettspiel X-Wings Es lohnt nicht Weil keiner da ist Soll ich alleine spielen Ich bin zu alt zum Spielen Ich war ja der Meinung Dass man das mag Wie gesagt Das hier ist ja eine Giftzentrale Also eine Geschenkzentrale Steht ja überall Das andere Geschenk Sowas zu verschenken Natürlich Müssen wir gucken Zum Preis Ich kann nicht mal alles verschenken Es soll ja ein Geschenk werden Aber ich muss daran Geld verdienen Ich bin eine sehr öffentliche Person Und bin eine sehr ehrliche Person Und meine Kunden mögen das ja Dass ich ehrlich bin Und lustig bin Und auf die Leute zugehe Und den Leuten ja auch helfe So Und da bedanke ich mich ja auch für Es bleibt ja auch so Aber Im Internet Bei Facebook und sowas Ist nur Hass Also Du kriegst ja nur einen zwischen den Ohren Das macht ja Keinen Spaß So Wenn man aber Alleine Für sich Das nur macht Und sich darüber nicht unterhalten darf Da fragt man sich Da kann ich Müssen die Kamera schwenken Da gerade Also Ich meine Ich bin ja DAL gewohnt Aber Dass ihr hier fast hier reinfährt Zurücksetzt Wieder vorfährt Also Das ist ein Kaskadeur Also DAL-Fahrer als Kaskadeur Nicht schlecht Konntet ihr jetzt nicht sehen Weil Müsste ich die Kamera drehen Wie gesagt Wenn ihr mit solchen Videoclips nicht klarkommt Sagt es Das sind so Das sind so meine Ideen Und ich habe ja wie gesagt Jeden Tag damit zu tun Und Als Händler kriege ich andere Informationen Wir reden auch ganz anders Und wenn ich sehe Dass jedes Fachgeschäft So gut wie gar nicht Jedes Fachgeschäft So gut wie gar nicht mehr Such doch mal dieses Emblem Und Idee und Spiel Kostet ja auch Hurentes Geld Und man muss nicht dort einkaufen Und wenn Man sehr viel sich einkauft Aber null Resonanz Ich wollte mit Rebel arbeiten Also mit Rebel Und Okay Kollege hatte natürlich sofort Konkurrenz Dann sage ich Okay komm Ich schicke dir die Kunden zu dir Aber wie gesagt Da ist ja auch die Resonanz Nicht Ich habe ja gestern Also wie gesagt Wir haben uns hier unterhalten Von 15.000 Fachleuten Sind nur noch 541 Und jetzt nur noch 540 Weil ich ausgestiegen Es bringt nichts Also ich bleibe reine Dienstleistung Fotofilmen Du darfst hier so Videoclips machen Und natürlich die Die ich nicht zeigen darf Also wie gesagt Wir hatten gerade wieder Ein Späßchen Deswegen sage ich ja Gibt einfach mal ein Ariane Raspe Martin Montenbrock Michael Frank Entschuldigung Frank Montenbrock Und so weiter Wie die alle heißen Ja Onkel Wendler Und so weiter Das wisst ihr ja Also hier ist ja genug los Nur das sind Aufträge Die ich halt Nicht zeigen darf Und weil ich die Reste Dazu nicht habe Wie gesagt Wir haben uns gestern noch Über ZDF Da habe ich gesagt Nein ich habe alles Vom ZDF gegeben Du hast alles Such mal nach Du hattest nur mehrere Sticks Und auf irgendeinem Stick Ist es Also wir haben E-Casting E-Casting geht so Man stellt sich vor Und spricht dann Wenn man ist Und dann dreht man die Rolle Und damit stellt man sich dann vor Ob es war Bitburger Lenz Platt platt Also wir haben sehr viele Spaßige Sachen hier gehabt Mädchen ohne Hände noch einmal Und diesen Mitternacht-Sommer-Film Habe ich auch noch keine Resonanz Darüber gehört Sag ich ja Das sind alles so Sachen Jeder ist irgendwie für sich Und so weiter Wenn ich einlade Ich möchte einen Film machen Ist so teuer Also wie gesagt Filme machen Also wir haben gestern noch drüber gesprochen Der Till Schweiger hat uns 750.000 Euro Leider weggeschnappt NRW sponsert nämlich auch Für Jung Theaterleute Und so weiter Da gibt es So eine Art Foundation Wo man Geld abziehen kann Für seine Projekte Und ohne geht ja nicht Ich kann ja nicht Ein paar Schauspieler Hier für laufende Kamera setzen Die anreisen Das geht nicht Um was toll ist Zu machen Muss man auch bereit sein Etwas zu opfern Meistens ist es ja halt Geld Also Geld muss man opfern Das muss man aber erst mal verdienen Und wenn man feststellt Dass mit Star Wars Kein Geld mehr zu verdienen Erst als Händler Ja Dann ist das halt so Dekoration Schöne Dekoration Und wie gesagt Eine Art Geschenk Also wir haben jetzt So eine Art Geschenk Ne Weil es lohnt sich ja nicht Hier zu kaufen Es lohnt sich ja bei Amazon zu kaufen Ja Ist halt so Ja Also anbieten muss man nichts mehr Weil geht auch ruckzuck Weg Infinity zum Beispiel Infinity ist ja nicht mehr Infinity gibt es nicht mehr Haben wir noch genügend Figuren hier Ja Wir haben genügend Infinity Figuren hier noch Von Star Wars, Rebels und so weiter Wir haben das Status Set noch 100% wird jetzt Ende des Jahres Oder an 2019, 2020 Sicherlich Playstation 5 kommen oder so Alle 6 Monate kriegen wir eine neue Technik Neues Kabelbier oder so Alles wird neu Ja Und wie gesagt Es ist kein Hass Nur Disney Disney hat diesen Hype nicht Diesen Spaß nicht Ja Das ist alles so zentralisiert Man muss da hin Viel Geld ausgeben Ja Okay Star Wars ist nicht mehr so Ich sehe gerade eine Live-Übertragung da wieder Niemand hat die Absicht Deutschland zu islamisieren Niemand hat die Absicht Eine Mauer zu bauen Das liest man alles Bei Facebook Niemand hat die Absicht Star Wars Zu verändern Aber wenn Disney sagt Wir machen kein Fanservice Hallo Muss ich mir mein Service alleine machen Ja Mein Service alleine So das war so die Sache Warum Du bist Star Wars Fan Ich auch Oder du warst Star Wars Fan Ich auch Das ist die Sendung Die halt Ein bisschen mehr in die Tiefe geht Ein bisschen mehr analysiert Das ist aber kein Hass Also Ihr müsst mich jetzt hier nicht identifizieren Ich spreche jetzt im Namen meiner Kunden Und das mache ich auch Und deswegen habe ich mir gedacht Bei so vielen Kunden Kann ich ruhig mal so ein Video machen Und so Wirklich Ich habe vielleicht auch irgendwann Glück Dass ich auch Kunden sitzen habe Die dann in die laufende Kamera sprechen Aber meistens sind sie ja wie gesagt Immer hinter der Kamera Und deswegen wird die auch geschlossen Immer wenn die kommen Weil sie Die sagen auch die Wahrheit Und nicht dass sie Wahrheit lernen wollen So ist das Also Du warst Star Wars Fan Ich auch Ich halte reflektisch Der Ich halte das Ich halte es Ich halte es Ich halte es Ich halte es Eiste